man müsste eigentlich sowieso mal durchs 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 loot ein bisschen leveln oder so das ja noch mal ganz cool ach polizei aufkommen ist ja ganz schön hoch gerade alter machst du hier also sich menschen verprügeln allgemein kannst du auch erfahrungspunkte aber jetzt gerade richtig wieder ja 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 oder ja das klappt was sind wir hier, oh klebelehrt nice und wir sind hier in der ganze zeit irgendwas sinnvoll ist hier drin kai komm nie her ja gut, das geht auch ach komm schon karen, in ernst ja, ich kann das für dich cool stuff emergency rations huh do we really need it ha 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 hey what Oh, oh, oh. Oh, nice! Got it! Yeah, I can hold on to that for you! I have something you want to lick. Can I watch you as you eat it? Cool, I don't know how long I've been tired. Let's go! Ah! I have some cigarettes here. I can't count on you! I can't count on you! I can't count on you! Yo, what's up to that Vader! hier war meine people die gerettet Ja, hau' ich mich immer noch, weil er packen die rum. Ich glaub er packt nur. Ah, ja. So. Hab'n'haut lang, ne? Bin ja voll. Hey, ist dir der Hotagmann, was ich hier machst, ne? Ja. Komm, geh' mal dahin. Ah, es ist 15 Uhr morgens um 3 Uhr nach mal, ja, okay. Er steht zwar da, aber extra Wünsche auf jeden Fall drin. Ich hab' nicht, wo ich grad' hingehe, aber ich hab' ja noch mal People zum töten. Oh, wir haben einfach angefangen. Ah. Ah. Sorry for the trouble, I'll make you up to you. I promise. So. Also eins noch mindestens. Ich weiß nicht, ob die Quest ist, dass ich mir mehr Leben geben, aber... Hier ist die Base. Hands up. Ah. Hey, was mein Motto? Ich hab' ja gerade gar nicht gerechnet. Ich hab' ja gerade gar nicht gerechnet. Also was man hier soll, wird auch nicht gewonnen. Aber... Du bestimmst mir irgendwo einen Grund haben, dass man über seine Bases machen kann, aber weiß ich nicht. Finde ich jetzt nicht so wichtig. Derzeit. Ich finde es schon besser, glaube ich, wenn ich nur eine Base habe. Was für ein Trinity. Das kommt heute Abend, pass auf. Ich mache jetzt erstmal Feierabend. Oh, oh, warte, 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 wofür ich fahre immer? Kein Thema, alles gut. Alles gut. Kann er schon. Wer noch da für dich? Ich bin deine Freunde und auch meine Freunde. So, ich speichere heute Abend noch ein bisschen weiter. Also, haut rein und ja. Ne? Bestände. Ist, was richtig your old 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 lalala. Ne? Wunderschönen Hi. So kommen wir zurück. Zurück. Zum.. Ja. Ob da so ein Simulator würde ich sagen, ne? Wo wir? Hier rumstehen, weil? Wohin? Hier? Hier soll ich die rumbringen? Äh Ah, ich hab verstanden. Man soll doch lesen was da steht. Cool. Die Ernst? Was ist die Ernst, ja? Wo kommen sie hin? Ach leu. Dreck mit euch. Was war schon? Hier auch noch. Dreck mit dir. Sie müssen wieder reinkommen jetzt hier. Okay, ich dachte, der lebt noch. Geht da noch einer? Ne, ne? Da noch einer. Aha, eine Kiste. Mein Anteil. Boah, nehme ich. Hier nehme ich nur alles. Das hier ist gerade echt, äh... Wann machen wir das Volk? Ne, ne? Wo bin ich jetzt hier? Hier in der Ecke. Äh... Wo bin ich jetzt hier? Hier in der Ecke. Hier in der Ecke. Das war zu Recht. So, wir gehen mal kurz hier dann los. Hier in der Gegend. Äh... Allein da dann. Ich bin einfach nur, um mich zu verbrüchen. Sie wollen meine Säule mit der Prozess von schiefen, leckeren Weenies. Sie wissen, dass ich nicht essen kann, richtig? Warum würden sie das für mich tun? Äh... Genau, hier sind wir richtig. Aha, nice. Mann, gehen wir auf den Weg hier. Ist das hier richtig? Oh, noch weit entfernt. Äh... Gott dammit. Hier lang, ne? Genau. Nice. Dann... Hier weiter. Keine Zeit, dass sie mir jetzt folgen. No time. Hier hoch. Hier weiter, ne? So lange her, ey. Ja. Ich komme nicht hoch. Ja. Ich komme nicht hoch. Oh. Oh, mein Gott. Hey, Magnuson. Magnuson? Magnuson Beatles? The police are on to us! Don't let them see you! Don't let them see you! Oh! Don't let them see you. Don't let them off! Oh, Victor! alter gut gesagt eigentlich mal mega geil und beschluss jetzt ein kippen ihr getränke getränk nein kippen dabei kann ich mir wieder rein finden also viel müll dabei essen 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 zytaten habe ich woanders dran das brot ich weiß nicht wofür ok hier ich barren dann hier metallschraut hier keramik und papier wäre hier ich habe heute viel mit rein tun erst mal heute nachher so und dann schauen wir weiter dies hier das ist kein mit anscheinend das ist wirklich nur Müll kann es sein jetzt eine kaputte Toilette die sind noch ähm Kursafbecken seh ich nur Müll? ne ne das sieht so aus warte was war sie? das hat auch nur Müll zu kann ich das hier mal nachgucken? warte mal ah hier Müll 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 Recyclbar Recyclbar Müll so was habe ich hier? so was habe ich hier? so was habe ich hier? die Samen 1 1 keramik 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 beteil so jetzt kommt es wieder rein brauchen wir ganz kurz ein bisschen weil man weiß ja auch zu häufig spiele also haben wir gesehen so aber ich möchte sie auch richtig irgendwann mal fertig haben hier ne? zack so dann mal hier ich kann hier genau alle nehmen sind wir noch echt cool danke danke und äh ja danke dann wieder alle nehmen was haben wir jetzt noch? ne Pfanne ninkos top ähm noo ich bin mein gustop wieder nein ähm 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 äh geil mir fehlt uns ein bisschen wie der stackbare bereich aber das ist so auf dem weg jetzt zu hin ähm das war hier dann die grenzungen nochmal laden muss was bekommen können ähm 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 sorry keine zeit steckt mich das im besten äh hier soll wir ausreichen oder? hoffentlich jubel 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 war das nicht immer hier da oben war das nicht hier irgendwo ist die hände immer drin hier Doch, würd ich grad sagen ... so viel einfacher So Viel einfacher So, zack, zack Ähm Danke? Warum should ich dir nie annehmen? Was ist denn? Zack das wir trinken hier Wodka, Bier, Whisky und Wein Lass uns das stehen Ah, du sag Das hat mir weh Ich habe auch Gefühle Auch wenn ich kein Zuhause habe, aber Gefühle habe ich Mann, 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 komm mit, ich brauche dich mal Nein, ooooh Egal Also die Steuerung ist und bleibt hier echt eine Katastrophe teilweise Finde ich Also ich kann mich daran Auch jetzt immer noch nicht gewöhnen So, hat doch, Mann Ah, 10 Uhr morgens in 3 Uhr mit nachmittags Wie spät ist es? Oh, dein Ernst? Das ist noch weh Ich bin immer zum Weg, ich komme Guck mal, was es hier gibt Ah, was, was es hier gibt Ah, hier ist der Professor, ne? Ja Hi Kleine Haare Okay Ja Ja. Ja. Ja, dann äh... Wir brauchen... Glatzen. Fünf Stück. Ich hab ja alle Haare hier. Oh, die haben ja alle Haare. Oh, das ist das Problem, die wir mit Glatzen finden, ey. Ich hab ja auch falsch. Ich hab mal alle Haare. Ey. Ach guck mal, in einer Minute haben wir einen gefunden. Das ist halt echt zu wenig. Ja, schluss ich mein Bauch jetzt. Keine Zeit. Ja. Auch Haare. Äh, nicht wirklich schaffbar. Aber ich hab schon wenig aus da, oder? Ganz am Essen liegen. Ach komm schon. Nee, Idioten. Ich schläg mal den Nachhause aus Essen, dann probiere ich die Küste mal. Ja, okay. Das ist ein Respekt. Wir gehen mal nach Hause. Das ist, äh... Jetzt erstmal nur runter, ne? Genau. Richtung Süden. Da, da. Ich glaub wir brauchen echt mehr Ausdauer. Wir brauchen, äh... Wir müssen leveln auf jeden Fall. Wie schwer hier? Ich steh auch überall, ne? So, hier. Und dann auch genau. Perfekt. Geil. Ähnlich fast so schräg. Wow. 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 Ich bin fast so unschaffbar, ey. Äh... Jetzt gleich. Warte. Mmh... Lecker. Oh, das war aber richtig... Delicious. Äh... Trinken, trinken, trinken hab ich hier. Nein, hier. Aha. So. So. Auch geschafft. Habe ich jetzt mehr Ausdauer? Auch nicht. Also, außer ist irgendwie trotzdem scheiße, ne? Äh... Äh... Haben wir noch eine andere Kiste in der Nähe? Das ist irgendwie so... Gefühlt in Schaffbar. Ich hätte jetzt mal bisschen trainieren müssen, um dann, äh, auch nicht zu, zu essen. Oh. Ops. Äh, jetzt mal draufpassen und dann. Ne? So wie's ich gehört. Heyo, Guys. Alles von ihnen beigemacht, gar kein Thema. Naja, kurz gescheitert. Ich weiß. Weil ich so schlecht bin, weil ich so böse bin. Mann, 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 Mann. Was kann ich eigentlich? Ne, äh, also ich find sie fast so schaffbar. Ich muss mal gucken. Wurde hoch. Komm ich hier hoch? Auf das Rauer? Kräfer nur drücken irgendwie hoch. Was hier? Mh, lecker. Gelber Schleim. Ja. Komm ich von hier irgendwie... Ich muss auf den LKW, ne? Hm. Von hier? Ah, ich hab auch meinen Einkaufswagen gerade. Weil ich kann... Und ich geh hier rüber. Nice. So geht's auch. Oh. 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 15 von 49. Nice. So. Da ist ein Rrrrrrrr. Lass reingehen. I'm the rich boy. Hi. Also ich finde die Quiste echt schwer. Muss ich sagen. Weil ich schwere nach drüber ahnen kann auch sein. Ich bin auf eine Stolfe für über eine Stunde und habe nicht gehört, dass ein einziges Auto passiert. Wie soll ich mich auf meine Walken wenn es kein Satisfierend ist, wenn es nicht so glücklich ist? Uh-huh. Kannst du machen irgendwelche accidents passieren, vielleicht? Vielleicht gibt es ein Rewarden. Uh-huh. Einfach machen deine Schenäte und schau mal an den Pedestriern. Sie sehen nicht an, wo sie gehen, wenn sie rumschieren wie das. Ich bin sicher, dass du das kannst, um sie zu einem... ...unfortunate Mishapen. Also, hurry auf, will you? I don't have all day. Uh-huh. Usually I prefer to drive over people myself. But a reward is a reward. Let's do this. What's going on there? This will teach you a lesson. Uh-huh. Wiss ich. Ich denke, sie fahren doch nicht mal Autos um die Uhrzeit. Wenn ich mal Autos fahren würde, ne? Lol. Ja, das ist halt echt scheiße. Kann ich den mal nehmen oder auf die Schrause schmecken? Oh, das hat zu verletzen. Nice. Das wird auch. Ich mach jetzt häufiger. Ja, nice, alter. Mach nur so. Toi. Noo. Oh, der war schon zu lange tot. Haha. Aber ich hab ne Möglichkeit gefunden. Ich hab den Fußkänger doch. Hier. Hier. Ich hab mir leid. Äh. Ja, nein. Z 보�ij. Und wamm! Sehr gut! Gute. Okay. Ich hab das nicht zu Hause. Gute. Ich hab das nicht zu Hause. Du hast nicht zu Hause. hier ist ein Fussgegen oder? äh da ich nehme den hier für die viel Zeit noch einen wir haben solche Kuss für dich kürzlich! das klingt für eine Reward ich finde den Text oben gerade mega nervig warum geht der nicht weg ich kann mich schneller äh nice geil eine Kurs geschafft da vorne ist ein OT lass mal eingehen klären wir mal den Text mit dem Schild auf und dann kommen wir jetzt noch was zum lücken äh da du 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 ich würde das so gerne häufiger spielen ne? oh ich habe momentan so wenig Zeit dafür ahah weil das ist eigentlich echt nicht schlecht anstrengend aber nicht schlecht das hier? ach hier ist Terry äh Terry äh äh Trixi oh oh ja also wenn du mich schon so fragst und es geht um Loot dann äh du es äh mach du mal mach du mal mach du mal weg über 15 jawohl nice aber wieder eigene äh 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 dann wusste das ike for free äh richtig gut kann man zum antrag bauen und wissen wissin dopen ah voll nice Trink doch einen, ach schade tut mir erkennt es ja nicht Noch eine Belagerung aber das mit dem was wir haben, egal kommt Let's go Fertig Fertig ist okay Obwohl den Creep Entschuldigung, ist hier so ein Stinkwurz? Nee, Bärenknoblauch Ist das meine Liegen? Äh Haben wir noch was hier? Guck mal da, da ist noch mehr Das sieht aber eher aus wie so ein Versteckfander, ne? Entschuldigung Ich bin halt schon wieder krank Haben wir jetzt? Warum ich da nicht unter meinem Eingriff halten? Bam Pippt doch nicht Dann habe ich hier ein Ah, ein Fass Nice 12 von 19 Und blau Schmell, ja nice Äh B-S-W-Nummer B-S-W-Nummer Kahl So Fass B-P-S-W-Nummer B-S-W-Nummer B-S-W-Nummer